was geht meine freunde und herzlich willkommen auf dem kanal der yogi ist mal wieder back am schlüssel für euch und heute wieder für die internetseite playstation experience ihr wisst bescheid unten in der beschreibung findet ihr den link zur facebook seite lasst uns ein like da und bleibt immer auf dem aktuellen stand rund um die playstation und genauso möchte ich euch heute wieder auf dem laufenden halten was star wars battlefront angeht wir spielen hier die neue map dämmerung auf mal gucken wie sich die ganze map hier so zeigt sie kommt mir aktuell so als ersten eindruck die ich jetzt spiele hier vor wie die letzte eis map die wir schon hatten so geht gehen wir mal richtung gegner ja was kann man zu star wars battlefront aktuell sagen es hat sich richtig ruhig gehalten um star wars battlefront die erwarteten dlcs ja lassen auf sich warten würde ich sagen wo einfach mal zurück ok kommt keiner kommt keiner oh 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 da kommen ein paar da gehen wir lieber mal zurück hier nimmt das und das gleich noch hinterher jawohl schön an die wand geschweißt an die decke Okay, der hat so eine So ein Schutzschild um sich Aber läuft doch schon mal ganz gut Erste Runde und gleich So ein Gameplay kann ich euch präsentieren Traumhaft Der wartet hier um die Ecke, komm Zeig mir deinen Kopf, jawohl, und jetzt können wir durchbrechen Move, move, move Nachrücken, Jungs, nachrücken So, wo geht's hier weiter Geht's hier irgendwo rein Oh, erschreckt mich doch nicht so Dann gucken wir mal oben entlang Ja, ich find's ein bisschen schade Oh, irgendwas passiert mich an Was war denn das Ich find's ein bisschen schade, dass die DLCs so lange auf sich warten lassen Gut, wir wurden jetzt abgespeist Mit einer Map Aber das ist für mich Aktuell zu wenig Ganz klar zu wenig Battlefront für mich persönlich Einen genialen Start hingelegt Grafisch, spieltechnisch Genau das, was ich mir erhofft hab Ist eingetreten Aber Jetzt, was danach kommt Dauert mir einfach zu lange Selbst Activision hat für Call of Duty mittlerweile schon DLCs rausgebracht Oh, was war das? Oh Der war glaube ich genauso überrascht Wie ich So Schön aufgeräumt hier Hinten kommen nochmal welche Alles raus Hast keine Miete bezahlt So Kopf her Jawohl Oh Mensch Ich glaube ich bin Nein, flawless bin ich ja nicht mehr Ich bin ja gerade gestorben Komm Annäherungsbombe Pflanzen wir mal hier hin Unten kommen welche Oh Okay Gegen 5 Da reicht es selbst mir nicht mehr Jetzt wurde aber mittlerweile Gott sei Dank Die DLCs angekündigt Und ich hoffe Das rückt Schnell nach Den nehme ich hier Danke Von hinten Das ist na klar Reutig Aber wenn ich so gut spawne Dann snacken wir einfach die von hinten Nein Er töte mich Ich ihn Alles klar So Die Thermalgranate Würde ich schon gerne mal in die Menschenmenge reinwerfen So Gehen wir mal hier lang Weil sonst bleibt da nichts übrig Oh 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 Hoffentlich hat er mich noch nicht gesehen Nein Hat er nicht Okay Da kommen ein paar Dann warfen wir mal die rüber Oh Nein 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 Ich war gerade überfordert Ich habe die falsche Granate rausgeworfen Aber das sieht bisher Jawohl Richtig gut aus Alles nach Plan Ihr dürft mir wie immer Unten eure Kommentare Eintragen Was ihr Wissen wollt Sehen wollt Kommentare Kritik Ich weiß Bescheid So Wo sind die Jungs Die müssten irgendwo da oben kommen Einfach mal rein Random Ohne irgendwas zu sehen Rums ganz ordentlich Oben kommt noch einer Oben kommt noch einer Oben kommt noch einer Das eben Das eben Freunde Wer klaut ihn mir Diesmal nicht Und die noch hinterher Kommen die jetzt alle von rechts Ich tue es so aus Jawohl Kill Assist Nein Das war einer zu viel 4 Minuten Ich bin zu gierig Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Er blockiert mich hier vorne Kommt das hier auch noch raus Kostet ja nichts Frisch aufgetankt an den Start Oh da steht ein Geschütz Dann passen wir auf Dann gehen wir mal hier entlang Gucken ob wir die noch kurz hinterlaufen können 75 Punkte Ich komme hier hinten Ich glaube nicht hoch Oh da schießt schon wieder jemand Von ganz dahinten Pass auf Boah Dat eben Komm Zeig dich Das war dein Fehler Kollege Das war dein Fehler Und komm Jawohl So sieht es aus Freunde Schön gelingt Hier rein Und hier laufen wir rüber Oh ich bleibe hängen Was ist ich da los So nochmal rein Das Geschütz sollte jetzt Eigentlich weg sein Jawohl Sieht gut aus Und dann krallen wir uns noch die letzten Punkte Sind nicht mehr so viele Jawohl Jawohl Und jetzt kommen sie glaube ich hier Boah Das war Glück Das war mega viel Glück Sag mal Was machen eigentlich meine Teammates Treffen die nichts oder was Komm Gucken wir mal Jawohl Nein Einen habe ich bekommen Aber der Sieg ist auf jeden Fall Unser Komm einer geht noch Schnell rein in die Menge 99 Komm last kill Move 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 Nein hat leider nicht gereicht Aber Ich finde auf jeden Fall Klasse Live Gameplay 22 zu 6 Der Score Wenn es euch gefallen hat Lasst mir ein Like da Und wir sehen uns Beim nächsten Video wieder Macht's gut Bis dann Euer Yogi Ciao Und wir sehen uns Tschüss 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 Und wir sehen uns